VW Passat, 2 Liter TDI Biturbo, 240 PS. Ja, wir haben gesagt, komm, wir nehmen mal so ein Passat mit. Ist zwar nicht das neueste Modell, aber immer noch ein sehr häufiger Gast. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einem Daily VW Passat, 2 Liter TDI Biturbo, 240 PS. Das bekommt bei uns eine ganz normale Stage 1 Softwareoptimierung. Es gibt, glaube ich, schon ein Skoda Kodiak RS-Video. Ist eh ähnlich von den Werten bestimmt. Und ja, wir haben gesagt, komm, wir nehmen mal so ein Passat mit. Ist zwar nicht das neueste Modell, aber immer noch ein sehr häufiger Gast. Ja, Eingangsmessung, Eingangsleistungsmessung. Dann schauen wir mal ein kurzes, knackiges Video. Und wir sehen uns am Laptop wieder. Ja, wir sehen uns am Laptop. Ja, wir sehen uns am Laptop. Ja, wir sehen uns am Laptop. So, Eingangsmessung. 237,9 PS und 497 Newtonmeter. Werksangabe 240 PS, wie schon erwähnt, und 500 Newtonmeter. Steuerung ist nicht jetzt hier 17 CP74. Also eins zu eins. Alles identisch. Auch wie gesagt, Skoda Kodiak RS oder Tiguan gibt es den ja auch mit. Ist jetzt, wie gesagt, nichts Außergewöhnliches. Haben den angepasst, so wie ich es immer mache. Haben da eigentlich auch alle Softwarenummern. Mittlerweile gibt es nichts Neues mehr. Deswegen ist das relativ überschaubar. Haben jetzt eine Endleistung von 299,6 und 546 Newtonmeter. 300 geben wir an. Differenz von 60 geben wir an. Haben sogar 63 PS mehr. Also sollte der Passat mit knapp 300 PS und 2 Liter TDI ganz gut fahren. Ja, ich halte mich heute kurz. Geht's nur um die Ausgangspfad. Und in diesem Sinne, vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.